Und herzlich willkommen zurück Wieder eine Folge von PODDL Ich mache genau da weiter, wo wir aufgehört haben, das letzte Mal Diesmal allerdings nicht in, sozusagen, Überlänge Sondern diesmal halte ich mir um die 15 Minuten Gut Es kam eine 14 von 19 Was kommt wohl nach die 19? Gute Frage Weit wie jetzt habe ich noch nichts Spiel gehabt Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten Daraufhin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich Und sie sind ein hervorragender Testkandidat Da brauchen wir einen Kübus Da brauchen wir irgendwas drücken, da oben Mh, mh Wann, ob das was wird Also solche Sachen waren schon damals klasse Aber gut Was erwartet uns? Wohl hier Hm Kein, nur schnell Licht Blaue Karte oben Hier ist da Wirklich sehr gut Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer 1 bis 6 aktiviert Und das auch schon wieder geschafft, der ist 14 Eine Überraschung Was für eine Überraschung Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen Okay An den Test konnte ich mich erinnern Das war extrem B Ging jetzt sehr leicht Das hatte ich schwere Erinnerung Wir brauchen da einen Strahl Wir brauchen da einen Strahl Okay So geht das natürlich auch Also Irgendwie jetzt doch leichter Wie gedacht Irgendwie beim Aufnehmen funktioniert es besser, wenn wir nicht nicht aufnehmen Ich glaube, dass strenge ich mich mehr an Dringe ich mich mehr an Ihr könntet mir ja auch mal die Kommentare bei den Zuschauern Ich momentan habe Was sie von Was sie sehen wollen für Projekte Die ich momentan auf dem Kanal habe Okay, so natürlich nicht Ach, dieser Raum war es, wo ich nicht weiter wusste Okay, da war natürlich was kommt Okay, da war alles Okay, da war das Oh, jetzt Okay, da war mir das Oh, jetzt Okay, da war es Ich bin Oh, jetzt Ich bin Oh, jetzt Oh, jetzt Ich bin Das ist bald sehr fest setzt ein blau müssen wir versetzen wir müssen irgendwie natürlich darüber das sind wir uns ja schon mal Hm? Wir versuchen da dann das blaue hinzuschießen. Ah ja, so geht das also. Was haben wir hier? Okay, der muss aktiviert werden. Also wieder. Das funktioniert. Jetzt hat sie, hab jetzt schon gedacht, jetzt hat sie es aufgehängt. Aber ne, hat sie anscheinend nicht aufgehängt. Gut. Dann weiter im Text. Oh, bleibt die Plattform. Hä? Wäre vielleicht ganz praktisch, wenn die in die andere Richtung fahren würde. Theoretisch gesehen, ja. Würde das Sinn machen. Okay, die Brühe sollte mal nicht fallen. Warten wir also mal ab, bis das nächste kommt. Und ich bedanke mich auch schon mal bei den bisherigen Abonnenten meines Kanals. Wie wahrscheinlich auf aufgefallen ist, habe ich jetzt einige Sachen überarbeitet. zum Beispiel die Sammlnis von bestehenden Projekten. Ah, man muss denken, mit Portalen ist das zu lösen. Das kann ich sagen. Zurück zu den bisherigen Projekten. Das habe ich jetzt die Sammlnis von überarbeitet. Die sehen jetzt halt etwas besser aus. Das habe ich auch geschafft. Ach, man hat das auch geschafft. Was müssen wir denn da jetzt so in dem Raum machen? Schauen wir uns das mal an. Wir können da wahllos irgendwas platzieren. Nimm noch bald. Ey, das fällt ja fast selber hoch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das andere auch fast selber hoch. Okay, es ist Zeit-Timing. Okay, es ist Zeit-Timing. Oh, hier ist noch nicht. Wissen Sie, dass Sie die Mädchen selbstwertfroh von Aperture Science 1 oder alle ihre Organe schwenken können? Ganz recht. Haben wir das auch wieder geschafft, den Test? Diesmal mit etwas Zeit-Timing. Schauen wir mal, wie viele Tests es noch gibt. Wenn wir das Ganze in zwei Parts abgeschlossen haben, das wäre schon etwas schlecht. Da würde es sich ja gar nicht lohnen, eine extra Playlist anzufangen. Wird sich auch bei drei Parts eigentlich nicht lohnen. Schauen wir mal. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. durch Kampf-Androiden ersetzt. Okay, die Turrets sind auch im zweiten Teil etwas schlauer. Kyuhza ist dann weit Baghdad-Tr notified. Ich緊�'s zu ja auch hinter mir Mario-Do estás-Torn? Hey, ich bin etwas zu laut, hey. Du willst mir das immer 2拾ifen aus Kammer geben Ich bin etwas zu laut. Ich bin etwas-zuer ECON-Rodus. Das sind etwas zu laut, Mal. Wir schalten alle aus. Wir wollen ja nicht umgeschossen werden, oder? Elb! Daran scheint einer etwas überlebt. Den Zwischenräumen der Testkammer. Er hat auch einen Handabdruck. Er hat auch einen Handabdruck. Jetzt, wenn er der Schuss nicht mehr lebt ist. Er ist ein Kampf von einem Maus. Er ist noch nicht die Zeit. Das ist ein K чувlau. Er ist immer ein Kühlschrank. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Da brauchen wir eine etwas andere Taktik. Aber wir können noch etwas drauf fallen lassen. Der Kübel ist da. Wir sind da. Das ist jetzt ein Witz. Wir sind jetzt zum Schluss noch mal zurückstorben. Eierle. Nur weil die schneller machen wollen. Der fliegt da zuerst. Da geht es nicht weg, Alex. Jetzt aber. Geht noch so genau. Und schon wieder. Ich hasse die Tourette. Aber gut. Ob wir das schaffen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin euch nur einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.